Meine Freundin Conny Heute Conny und die Verflixte 13 Erstes Kapitel Die absolute Traumrolle Ein Paket für mich? Conny macht große Augen. Von wem denn? Zügernd nimmt sie es entgegen. Kein Absender. Merkwürdig. Neugierig reist Conny das Paket auf. Wow! Darin sind ein kurzer Rock und ein schickes Oberteil. Conny streift sich das glitzernde Top über und dreht sich damit aufgeregt vor dem Spiegel hin und her. Mensch, wenn ich das zur Fete anziehe! Die werden staunen! Conny strahlt über beide Ohren. Dann schaltet sie wieder auf Knopfdruck das Lächeln ab, geht einen Schritt vor und verbeugt sich tief. Bravo! Mama, Papa und Oma klatschen begeistert in die Hände und selbst Jakob applaudiert. Also, wenn du das beim Vorsprechen genauso machst, hast du die Rolle, meint Papa stolz. Na klar, das glaube ich auch, sagt Oma sofort. Ich freue mich schon so auf die Aufführung. Ich weiß nicht, Conny seufzt. Es wäre zu schön, wenn Papa und Oma recht hätten. Die anderen üben doch alle wie verrückt, murmelt sie. Kein Wunder, schließlich will jede die Hauptrolle. Wie auch immer, Hauptsache du machst überhaupt mit. Mama zwinkert ihr aufmunternd zu. Ich finde es jedenfalls toll, dass du Theater spielen willst. Das habe ich in der Schule auch gemacht. Und? Hast du eine Hauptrolle bekommen? Fragt Conny. Mama schüttelt den Kopf. Nein, aber es hat mir trotzdem richtig Spaß gemacht. Glaub mir. Conny nickt. Trotzdem würde sie am allerliebsten Aschenputtel spielen. Ihre absolute Traumrolle. Es ist nicht das Aschenputtel aus dem Märchen. Zumindest nicht so ganz. In der Theater-AG haben sie das alte Märchen nämlich umgeschrieben. So, wie es sich heute vielleicht zutragen würde. Aschenputtel ist nicht die ungeliebte Stieftochter, sondern die neue in der Klasse, die von allen gehänselt wird. Bis sie dann auf einer Schulfete, der beliebteste Junge der Klasse, in sie verliebt. In ihrem Zimmer blättert Conny noch einmal in dem selbstgeschriebenen Theaterstück. Hm, der Schluss, mit dem sich verlieben, wird sicher ein bisschen peinlich. Aber das kriege ich schon hin, denkt Conny. Und sie übt schon mal einen schmelzzarten Augenaufschlag. Na ja, Hauptsache, es spielt nicht gerade einer von den ganz blöden Jungen, dem Prinzen. Ihre Lieblingsszene ist die, die sie gerade vorgespielt hat. Aschenputtel will eigentlich gar nicht zum Schulfest. Sie hat auch gar nichts Passendes zum Anziehen. Dann klingelt es plötzlich an der Tür. Sie bekommt überraschend ein Paket mit tollen Klamotten für die Fete. Und sie weiß nicht, von wem. Dann gibt es noch einen Auftritt, in dem Aschenputtel die alte, verschobene Nachbarin besucht. Sie heißt Frau Mira und kann wahrsagen. Sie schaut in eine Kristallkugel und prophezeit Aschenputtel, dass sie nicht nur die Fete, sondern überhaupt alles gut wird. Aschenputtel glaubt natürlich nicht daran. Zumindest nicht so richtig. Conny überlegt, wie sie das am besten spielt. Einerseits glaubt Aschenputtel nicht wirklich an Frau Miras Prophezeiung. Andererseits möchte sie aber doch gerne, dass es stimmt. Conny probiert ein paar erstaunte und skeptische Gesichter. Gar nicht so einfach, das darzustellen. Sie schaut zur Uhr. Oh, sie muss los. Heute führt Conny den Hund von Frau Berg spazieren und trifft sich dabei mit Anna und Billy im Park. Zumindest, wenn es nicht regnet. Es ist kalt, aber sonnig, als Conny wenig später mit ihren beiden Freundinnen durch den Park läuft. Annas Hund Niki springt bellend voran, während sich Beppo wie immer von Conny an der Leine hinterherziehen lässt. Plötzlich hat er nicht einmal mehr dazu Lust. Mitten auf dem Weg legt er sich einfach hin. »Los, Beppo, nun komm schon«, versucht Conny ihn aufzumuntern, doch ohne Erfolg. Anna grinst. »Ich glaube, er möchte lieber spazieren getragen werden.« »Der ist doch viel zu schwer«, protestiert Conny. »Leider doch fürs nächste Mal einen Kinderwagen«, lacht Billy. Anna kichert. »Beppo ist kein Hund. Der ist ein Faultier.« »Hör einfach nicht hin«, raunt Conny Beppo zu. Er ist zwar wirklich der faulste Hund der Welt, aber Conny mag ihn trotzdem. »Können wir nicht einmal eine kleine Pause machen?« »Klar doch«, ihre Freundinnen sind einverstanden. Nur Niki hält nichts von den Pausen. Er schleppt einen Ast an. Anna hat gleich verstanden. Sie schleudert den Stock über die Wiese und Niki jagt ihn blitzschnell hinterher. Conny tänzelt von einem Fuß auf den anderen. »Ich bin so aufgeregt wegen des Vorsprechens morgen«, meint sie. »Das wäre ich auch«, Billy grinst. »Ich würde sterben auf der Bühne.« Anna schaut sie an. »Sprichst du denn nicht vor?« Billy schüttelt den Kopf. »Ich bin eure Soufflöse.« Sie hat sich eigentlich nur für die Theater-AG gemeldet, um an dem Stück mitzuschreiben. Und natürlich auch, weil Conny und Anna bei der AG mitmachen wollten. Als einzige ihrer Klasse. »Soufflöse?« fragt Anna. »Was macht die überhaupt?« »Ich lese hinter der Bühne leise die Dialoge mit. Und wenn jemand nicht weiter weiß, flüstere ich ihm seinen Text zu«, erklärt Billy. »Welche Rolle hast du dir denn ausgesucht?« »Die Lehrerin«, meint Anna. »Die hat auch nur ein paar Sätze zu sagen. Da habe ich genügend Zeit, um noch bei den Kostümen und beim Schminken zu helfen. Das finde ich nämlich das Tollste am Theater.« »Und du willst echt Aschenputtel spielen?« fragt Billy und nickt zu Conny rüber. »Ja«, Connys Augen leuchten. »Unbedingt. Ich hoffe, morgen ist mein Glückstag und es klappt.« »Glückstag?« »Von wegen«, ruft Anna. »Morgen ist Freitag, der 13.« »Na und?« fragt Conny. »Das ist ein absoluter Unglückstag.« Anna holt Luft. »Ich verstehe gar nicht, wieso Herr Berthold das Vorsprechen an einem Freitag den 13. macht. Das kann doch nur schief gehen.« »Mensch, Anna«, Billy kichert. Auch Conny lacht. »Daran glaubst du doch nicht wirklich?« Niki bellt ungeduldig und Anna schleudert den Stock über die Wiese. »Und ob ich das tue?« schnaubt sie. »Das würde ich an eurer Stelle auch. Ich habe schließlich Beweise.« Conny und Billy schauen sich erwartungsvoll an. »Und zwar? Anna rückt ihre Brille zurecht, bevor sie antwortet. Meine Oma füllt zum Beispiel jeden Freitag ihren Lottoschein aus, aber näher am Freitag den 13. Dann gibt sie den Schein immer donnerstags ab. »Und was soll das beweisen?« fragt Billy. »Die weiß aus Erfahrung, dass sie sonst eh nichts gewinnt,« erklärt Anna. »Aber das war wohl nicht wirklich überzeugend. Conny und Billy grinsen nur.« Anna holt Luft. »Also gut. Und was ist hiermit? Unser Nachbar hat an einem Freitag, dem 13. sein Auto zu Schrott gefahren. Total schaden. Da war nichts mehr zu machen.« Ihre Stimme klingt triumphierend. »Ist ihm was passiert?« fragt Conny erschrocken. »Nein, nur ein paar blaue Flecken.« Conny nickt erleichtert. »Dann hat er aber Glück gehabt.« »Glück? Beim Totalschaden?« Anna schüttelt energisch den Kopf. »Das war typisch Freitag der 13.« »Hast du noch mehr Beweise?« fragt Billy amüsiert. »Klar doch. Meine Tante hat ihren Mann ausgerechnet an einem Freitag, den 13. kennengelernt,« erzählt Anna eifrig. »Aber das ist doch kein Unglück,« lacht Conny. »Und ob? Sie haben sich später scheiden lassen. Was meinst du, wie unglücklich meine Tante da war?« »Bestimmt war die Scheidung auch an einem Freitag, dem 13.,« klugst Billy. Anna wirft ihr einen bösen Blick zu. »Das ist überhaupt nicht komisch.« Niki hat sein Stöckchen schon längst zurückgebracht und bellt. »Spielt denn keiner mehr mit ihm?« Anna schnappt sich den Stock und wirft ihn rekordverdächtig weit. »Wenn euch das immer noch nicht reicht. Ich habe mir an einem Freitag, dem 13., einmal voll fies in den Finger geschnitten und am letzten Freitag, den 13., habe ich total das Diktat vermasselt.« »Diktate sind doch eh nicht deine Sache,« meint Billy leicht hin. Anna wird rot. »Jetzt reicht's mir,« ruft sie. »Glaubt doch, was ihr wollt, aber wundert euch nicht, wenn euch morgen was passiert.« Ob es Niki nun passt oder nicht, Anna nimmt ihn wieder an die Leine und geht auf dem schnellsten Weg nach Hause. Conny kommt mit Beppo im Schlepptau kaum hinterher. »Mensch, Anna!« ruft sie. »Sei doch nicht gleich beleidigt!« Aber Anna schweigt und geht noch einen Schritt schneller. »Das mit den Diktaten hättest du dir auch sparen können,« zischt Anna Billy zu. Das weiß Billy selbst. Rasch läuft sie neben Anna her. »Es tut mir echt leid,« entschuldigt sie sich. »War doch nicht so gemeint!« »Puh!« schnaubt Anna. Es klingt nicht gerade versöhnlich. Erst an ihrer Haustür dreht sie sich um. »Ihr habt es zwar nicht verdient, dass ich euch warne, aber an eurer Stelle würde ich morgen verflixt aufpassen.« Und damit lässt sie Conny und Billy einfach auf der Straße stehen. »Tschüss auch!« ruft Conny ihr hinterher. Annas Kopf schaut noch einmal durch den Türspalt heraus. »Tschüss!« »Sehen wir dich morgen in der Schule? Oder bleibst du sicherheitshalber im Bett?« Billy konnte es sich einfach nicht verkneifen. Annas Augen werden zu schmalen Schlitzen und im nächsten Moment knallt sie die Tür zu. Wumms! Zweites Kapitel Freitag der 13. Es ist soweit. Conny steht auf der Bühne. In ihrem Bauch kribbelt es vor lauter Aufregung. Jetzt kommt es darauf an, ob sie ihre Traumrolle bekommt oder nicht. Alle schauen gespannt zu ihr hoch. Auch Herr Berthold, der gleich vorne in der ersten Reihe sitzt. Er ist Kunstlehrer und leitet schon seit Jahren begeistert die Theater-AG. »Na, dann mal los«, sagt er freundlich. Conny nickt, atmet tief ein und »Mist, wie fange ich das noch mal an?« Connys Kopf ist auf einmal wie leergefegt. »Na, worauf wartest du?« »Mir fällt der Text nicht ein«, schnammelt Conny. Billy, die gleich neben Herrn Berthold sitzt, raschelt mit ihren Zetteln und flüstert Conny den Text zu, allerdings so leise, dass Conny kein einziges Wort versteht. Er wird ganz heiß. Ihr Kopf muss rot wie eine Tomate sein. »Wie bitte?« murmelt sie verlegen. »Also die Fete kann mir gestohlen bleiben«, ruft Herr Berthold zu ihr hoch. Ach ja, richtig. Conny wischt ihre schwitzigen Hände an der Hose ab. »Also die Fete kann mir gestohlen bleiben«, sagt sie trotzig und verschränkt die Arme. »Da gehe ich garantiert nicht hin.« Und wie weiter? Conny könnte heulen. »Ich habe schon wieder den Text vergessen«, murmelt sie. »Okay, ich gehe mal davon aus, dass du geübt hast. Jeder kann einmal einen Hänger haben«, sagt er Berthold und seufzt. »Gebt Conny mal den Text.« Billy reicht Conny schnell ihr Manuskript. Conny schnutzt. »Was sind denn das für Buchstaben?« Fassungslos starrt sie die merkwürdigen Zeichen an. »Ist das chinesisch oder was?« »Das kann doch kein Mensch lesen.« »Was ist denn nun wieder?« »Also langsam ist meine Geduld zu Ende.« Herr Berthold rauft sich die Haare. In dem Moment knallt es. Ein Fensterglas springt klirrend entzwei. Und eine leuchtend helle Kugel schwirrt durch die Aula. »Ein Kugelblitz!« reischt jemand. Der Blitz raste auf Conny zu. Doch sie steht da wie fest gewachsen. In letzter Sekunde hält sie das Manuskript schützend vor sich. Es zischt und qualmt, als die Kugel aufs Papier trifft. Im nächsten Moment ist der Blitz verschwunden. Und Conny hält nur noch ein paar verkohlte Schnipsel in der Hand. Und plötzlich steht Anna neben ihr. »Freitag, der 13.« »Hab ich's nicht gesagt?« flüstert sie ihr hämisch zu und fängt lauthals zu lachen an. Schweißgebadet wacht Conny auf. Was für ein Albtraum! Benommen wankt sie aus dem Bett. Dabei fällt ihr gar nicht auf, dass sie mit dem linken Bein zuerst aufsteht. »Freitag, der 13.« brummt Conny. »So ein Quatsch! Daran ist nur Anna schuld. Freitag, der 13.« »Die spinnt doch!« Auf dem Schulweg kann Conny schon wieder darüber lachen. Verrückt, was für einen Blödsinn man sich zusammenträumt. Ob Anna noch sauer ist wegen gestern? Doch als sich Conny wenig später im Klassenzimmer zwischen Billy und Anna setzt, lässt sich Anna zumindest nichts anmerken. »Na, bei dir auch alles okay?« fragt sie neugierig. »Oder ist schon was passiert?« »Was soll denn passiert sein?« lacht Conny. »Ist dir vielleicht ein Meteorit auf den großen Zeh gefallen?« fragt Billy. »Oder hat dich der Blitz getroffen?« »Ein Blitz?« Conny muss noch einmal an ihren Albtraum denken. Doch dann lacht sie. »Ach, was? Und bei dir, Anna?« Annas Lippen werden schmal. »Noch ist alles in Ordnung.« Conny klopft ihr auf die Schulter. »Dabei wird's auch bleiben, garantiert.« Und wirklich, Conny behält Recht. Nichts passiert. Nicht das Geringste. Eigentlich schade, denkt Conny heimlich. Mit etwas Pech und Hokuspokus wäre der Vormittag sicher viel spannender geworden. Aber so war es wieder nur ein ganz normaler Schultag. »War doch alles wie immer?« meint Conny auf dem Heimweg. »Nicht besser und nicht schlimmer!« reimt Billy. »Der Tag ist noch nicht vorbei«, mahnt Anna und macht ein sauer-töpfisches Gesicht, das Conny und Billy losprusten. Anna verzieht keine Miene. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. »Wir sehen uns dann beim Vorsprechen«, verabschiedet sich Conny. »Und dann beweise ich dir, dass Freitag der 13. ein reinster Glückstag sein kann.« Sie stupst Anna freundlich an. »Wenn ich die Rolle bekomme, lade ich euch danach auf ein Eis ein.« Auf den letzten Meter nach Hause läuft Conny eine schwarze Katze über den Weg. »Na, wer bist du denn?« »Dich kenne ich gar nicht«, flüstert sie sanft. Aber die Katze ist schon verschwunden. Nach dem Mittagessen hat Conny gerade noch Zeit, ihre Rolle ein letztes Mal zu üben, bevor um drei das Vorsprechen in der Schulaula beginnt. Ohne Mama zu fragen, hängt sie den großen Garderobenspiegel ab und lehnt ihn im Wohnzimmer gegen das Bücherregal. Sie will einfach nur einmal überprüfen, ob auch alles wirklich echt aussieht. Ihre Überraschung zum Beispiel, als plötzlich ein Paket für sie kommt. »Ein Paket? Für mich?« Conny reißt die Augen auf. »Nein, das war's nicht, gleich noch einmal.« »Ein Paket?« Conny stacht in den Spiegel. Sie sieht eher aus wie ein Neandertaler, der zum ersten Mal ein Hochhaus sieht. Vielleicht sollte sie nicht ganz so dick auftragen. »Ein Paket?« Conny stutzt. »Für mich?« »Ja, so könnte das klappen.« Conny atmet tief durch und probt die ganze Szene noch einmal. »Und was sie im Spiegel sieht, gefällt ihr diesmal.« »Ein Paket? Für mich?« »Und von wem denn?« Conny macht einen ausladenden Schritt nach vorne, um das Paket entgegenzunehmen. Doch ihr Schritt war wohl etwas zu groß. »Pling«, der Spiegel kracht zu Boden und zerspringt in tausend Scherben. »Oh nein, wie benommen steht Conny vor dem Scherbenhaufen.« Sturmstürm, Mama ins Wohnzimmer. »Ist was passiert?« Sie bleibt abrupt stehen. »Mein Spiegel!« Mama ist ganz blass. »Den habe ich mir als Studentin gekauft. Das ist Prachtstück meiner ersten eigenen Wohnung.« Mama geht die Luft aus. »Es tut mir so leid«, schammelt Conny. »Wirklich?« »Ausgerechnet mein Lieblingsspiegel«, murmelt Mama. Vorsichtig richtet sie den schweren Spiegel auf. Die letzten Scherben regnen auf den Teppich. Mama streichelt über den alten, getrechselten Holzrahmen, seufzt und trägt das Spiegelskelett hinaus in den Flur. »Du weißt ja, was du zu tun hast«, sagt sie noch, ohne sich umzudrehen. Schuldbewusst holt Conny den Handfeger aus der Besenkammer. Sie fühlt sich hundsmiserabel. Hätte sie diesen verflixten Spiel doch nie von der Wand genommen. Nun landet eine Ladung Scherben nach der anderen im Mülleimer. Sie muss sich beeilen. In fünf Minuten muss sie los. Conny ist gerade fertig, als Mama noch einmal zur Tür hineinschaut. »Saug sicherheitshalber noch einmal nach«, sagt sie, »damit auch die ganz kleinen Splitter weg sind.« »Kann ich das nicht später machen?«, fragt Conny. Mama schüttelt den Kopf. »Aber ich komm sonst zu spät«, ruft Conny. »Wir auch«, sagt Mama, die Jakob zum Turnen bringt. »Aber die Splitter müssen weg. Denk an Kater Mau.« »Stimmt«, Conny seufzt, »natürlich darf sich Mau nicht in die Pfote schneiden.« Also holt sie rasch noch den Staubsauger. »Stecker rein.« Conny saugt wie eine Wilde. So, fertig. Schnell stellt sie den Sauger zurück in den Besenschrank. Bevor sie geht, wirft sie noch einen letzten Blick ins Wohnzimmer. »Alles bestens oder?« »Nein«, da funkelt noch eine allerletzte Scherbe unter dem Schrank. Conny bückt sich und schnappt sie sich. »Autsch!« Blitzschnell ist der Finger im Mund. Jetzt hat sie sich noch an dieser blöden Scherbe geschnitten. »So ein Mist!« Conny rast also noch einmal hoch ins Badezimmer, um ein Pflaster zu holen. Inzwischen ist es Punkt drei. Das Vorsprechen geht los, und sie kommt sowas von zu spät. Conny springt die Treppe hin, und draußen steigt sie aufs Rad und saust los. Drittes Kapitel Die absolute Albtraumrolle Es ist, als ob sich alle Ampeln gegen sie verschworen hätten. Kaum nähert sich Conny einer Kreuzung, springen alle auf Rot. Jedes Mal schaut Conny auf die Uhr und sieht, dass der Minutenzeiger unbarmherzig weiter wandert und sich immer weiter von der Zwölf entfernt. Atemlos erreicht sie schließlich die Schule. Obwohl es eigentlich verboten ist, radelt sie quer über den Schulhof, Richtung Aula. »He, absteigen!« brüllt der Hausmeister über den Hof. Meistens ist Herr Knolle echt nett, aber jetzt wirft er ihr einen ziemlich strengen Blick zu. »Das Rad kommt vorne in den Fahrradständer, aber ich komme zu spät zum Vorsprechen!« jammert Conny. »Dein Pech!« meint Knolle und beult mit einem Gummihammer weiter den Papierkorb aus. Was bleibt Conny anderes übrig? Im Laufschritt schiebt sie das Rad zurück in den Fahrradständern, schließt es an und rennt zu Fuß zur Aula. »Trotzdem viel Glück!« ruft ihr Knolle hinterher. »Hoffentlich hilft's.« »Es ist schon zwanzig nach, als Conny leise in die Aula schlüpft.« Herr Berthold steht oben auf der Bühne, zusammen mit Stella aus der Parallelklasse. Sie strahlt über das ganze Gesicht. Conny wird blass. »Das kann doch nur eines heißen!« »Und wirklich!« »Jetzt, da wir unser Aschenputtel gefunden haben,« meint Herr Berthold gut gelaunt, »sprechen die Prinzen vor.« »Also wer will zuerst?« »Entschuldigung, Herr Berthold«, Conny rennt auf die Bühne zu, »ich habe auch die Rolle vom Aschenputtel einstudiert.« Herr Berthold schaut sie überrascht an. Dann blickt er zur Uhr. »Weißt du eigentlich, wie spät es jetzt ist?« Conny nickt. »Wir ist blöderweise...« Aber Herr Berthold lässt sie gar nicht erst ausreden. »Tut mir leid, wir haben unsere Hauptdarstellerin schon.« Er streicht seine langen Haare zurück und blickt in die Runde. »Theater spielen kann man nicht so nebenbei. Unsere Aufführung kann nur gelingen, wenn ihr wirklich mit vollem Herzen dabei seid.« Herr Berthold schaut leicht kopfschüttelnd zu Conny hinüber. »Und ich muss ehrlich sagen, wer schon zum Vorsprechen zu spät kommt, kann froh sein, überhaupt noch eine Rolle zu bekommen.« Conny wird rot. Alle starren sie an wie einen Schwerverbrecher. Nur Stella grinst und steckt ihr hinter Herrn Bertholds Rücken heimlich die Zunge raus. Die blöde Kuh platzt fast vor Schadenfreude. Conny weiß auch genau wieso. Stella denkt, sie hat noch eine Rechnung offen mit ihr. »Dabei konnte ich doch gar nichts dafür«, denkt Conny ärgerlich. »Wäre Stella nicht so dicht aufgeritten, wäre das alles gar nicht passiert.« Bis letzten Sommer ging Stella nämlich noch in ihre Reitklasse. Bei einem Ausritt gingen plötzlich beide Ponys durch. Connys Flecki und Stellas Stanker. Conny weiß noch, wie sie sich verangst, vorne am Sattel festgekrallt hat. Stella flog in hohen Bogen ins Gras und verknackste sich den Fuß. Doch das Schlimmste war, dass die Mutter Stella daraufhin ganz vom Reiten abgemeldet hat. »Das ist ja auch fies«, denkt Conny. Aber statt sauer auf ihre Mutter zu sein, gibt Stella Conny lieber die Schuld und Pi sagt sie, wann immer sie kann. Jetzt schreitet Stella majestätisch von der Bühne. Ganz der Star eben, der die Hauptrolle spielt. Während sich Conny geknickt in die letzte Reihe verkrümelt. »Alles nur wegen diesem blöden Spiegel«, denkt Conny. »Warum hat sie ihn nicht einfach an der Wand hängen lassen?« »So was oberblödes. Und jetzt spielt Stella das Aschenputtel. Ausgerechnet diese Zimtziege, die sie immer ärgert. Das passt doch gar nicht.« Conny schluckt. Jetzt hat sie ganz umsonst geübt. Nicht einmal vorspielen darf sie. Mist. »Mensch, Conny, was war denn los?« Plötzlich sitzt Anna neben ihr. Billi, die vorne soufflieren muss, wirft ihr einen mitleidigen Blick zu. Conny wischt sich die Nase. Wie gut, dass sie Freundinnen hat. »Mir ist da was ganz Doofes passiert«, Conny flüstert. Doch Herr Berthold hat es trotzdem gehört. »Ich bitte um Ruhe da hinten.« »Ich wollte noch einmal proben«, wispert Conny. »Und da ist mir«, Herr Berthold dreht sich zu ihnen herum. Seufzend wirft er seine langen Haare zurück. »So kann ich nicht arbeiten, Conny, Anna. Setzt euch bitte sofort auseinander.« Anna rutscht schnell von ihrem Platz und setzt sich ein paar Reihen nach vorne. Nach und nach werden alle Rollen besetzt. Anna darf die Lehrerin spielen, wie sie es sich gewünscht hat. »So, jetzt brauchen wir nur noch jemanden für Frau Mira, die geheimnisvolle Nachbarin.« Herr Berthold schaut sich um. »Wer hat die Rolle vorbereitet?« Keiner meldet sich. »Wirklich niemand?«, fragt Herr Berthold verblüfft. »Na, einer muss sie spielen.« »Wer will?« Totenstille in der Aula. Nur Stella kichert leise. »Wer will so eine doofe Oma spielen?« »Mal sehen, wer noch übrig ist.« Herr Berthold geht seine Liste durch. »Hier haben wir doch jemanden.« »Conny, du übernimmst die Nachbarin.« »Oh nein.« Conny vertritt die Augen. »Ausgerechnet diese alte Schachtel.« »Eine blödere Rolle gibt es ja gar nicht.« »Na, jetzt hast du wenigstens doch noch eine Rolle bekommen.« meint Anna, als sich nach der AG alle auf den Heimweg machen. »Meine absolute Traumrolle!« brummt Conny. »Na ja, wenn du zu spät kommst«, meint Billy bedrückt. »Was war denn los?« »Ach, ich wollte zu Hause noch einmal proben«, erzählt Conny. »Und dann ist mir was saublödes passiert.« »Siehst du,« mischt sich Anna ein, »Freitag der Dreizehnte bringt nichts als Unglück.« »Du mit deinem blöden Freitag dem Dreizehnten,« faucht Conny, »mir ist so ein doofer Spiegel zerbrochen. Das ist alles.« Anna wird blass. »Dir ist ein Spiegel zerbrochen?« »Ja, da stahlst du,« sagt Conny. »Scherben bringen doch angeblich Glück.« »Und was habe ich jetzt davon?« »Die allerletzte Mistrolle.« »Spiegelscherben bringen alles andere als Glück,« ruft Anna. »Die bringen Unglück. Sieben Jahre lang. Weißt du das denn nicht?« »Ach, was«, knurrt Conny. Anna stimmt die Arme in die Seiten. »Bist du jetzt wegen des zerbrochenen Spiegels zu spät gekommen oder nicht?« »Schon. Ich musste ja die Scherben wegräumen, und dabei habe ich mir auch noch in den Finger geschnitten.« »Siehst du,« Anna nickt. »Und dann hast du deine Rolle nicht bekommen.« Sie legt den Arm um Conny. »Glaub mir, das geht jetzt immer so weiter.« »Was?«, ruft Conny entsetzt. »Das kann doch auch nicht einfach Zufall sein,« gibt Billy zu bedenken. »Glaubst du?«, fragt Anna gedehnt. »Wieso nicht?« Billy zuckt mit den Schultern. »Wir werden ja sehen,« sagt Anna zum Abschied. »Es klingt wie eine Drohung.« Conny schluckt. »Was, wenn Anna wirklich recht hat? Wenn es jetzt immer so weitergeht, nicht auszudenken.« »Na, hast du die Rolle?« Als Conny nach Hause kommt, guckt Papa hinter der Zeitung hervor. Conny schüttelt den Kopf. »Und? Wen spielst du dann?«, fragt Mama. »Die alte Nachbarin,« murmelt Conny, »die allerkleinste Nebenrolle.« Mama mit ihren tausend Nebenrollen nimmt sie in den Arm. »Macht doch nichts. Jeder hat mal klein angefangen.« »Stimmt,« nickt Papa, »auch die ganz großen Stars.« »Aber ich dürfte gar nicht erst vorsprechen,« Conny seufzt. »Heute ist einfach alles schiefgelaufen. Erst geht mir der Spiegel kaputt. Dann komme ich zu spät zur Probe und Stella hat schon meine Rolle bekommen und ich muss jetzt diese blöde Nachbarin spielen, die sonst keiner wollte.« Conny schaut ihre Eltern an. Bei so viel Pech fehlen selbst Mama die Worte. »Glaubt ihr, das hat mit Freitag, dem 13. zu tun?«, fragt Conny vorsichtig. »So an Unfug,«, ruft Mama. »Wie kommst du denn darauf?« »Anna meint, das war typisch Freitag, der 13. und der zerbrochene Spiegel bringt mir sieben Jahre Pech.« Mama und Papa lachen. »An so etwas glaubst du doch nicht?« »Eigentlich nicht,« murmelt Conny. »Aber bei dem Pech heute?« »Aber so etwas kann einem immer passieren,« meint Mama. »Auch an einem Donnerstag, den 30. oder an einem Dienstag, dem 12.« »Das steht sogar in der Zeitung.« Papa blättert die Seite auf und liest vor. »Freitag, der 13.« »Aufzeichnungen des Statistischen Bundesamtes sowie internationale Untersuchungen belegen, dass an einem Freitag, dem 13. nicht mehr Unglücksfälle passieren als an allen anderen Tagen auch.« »Mir aber schon,« sagt Conny geknickt. Viertes Kapitel. »Sieben Jahre blaue Flecken.« Als Conny am nächsten Tag aufwacht, reckt sie sich in ihrem Bett. Durch den schmalen Spalt zwischen den Vorhängen scheint die Sonne warm aufs Kopfkissen. »Es ist Samstag, der 14.,« denkt Conny zufrieden. »Die Sonne scheint.« »Es ist Wochenende.« »Alles ist wieder gut.« »Das hat Conny im Gefühl.« »Anna mit ihrer idiotischen Spukgeschichte.« »Fast wäre sie darauf reingefallen.« Conny kichert. »Gut gelaunt springt sie aus dem Bett.« »Es duftet lecker nach Brötchen.« »Und Papa hat sogar Croissants mitgebracht.« Conny braucht sich nur an den gedeckten Tisch setzen. »Wo sind denn die kleinen Honiggläschen?« fragt Mama. Jakob stochert in seinen Cornflakes. »Die brauche ich für meinen Einkaufsladen.« »Du kannst sie haben, wenn sie leer sind,« verspricht Mama. »Jetzt hol sie doch bitte mal her, Jakob.« Jakob tut, als habe er nichts gehört. Conny grinst. Eins ist klar, wenn Mama Honig essen will, muss sie ihn sich selbst holen. Aber Conny freut sich zu früh. »Conny, würdest du bitte eben gehen?« »Wieso ich denn?« fragt Conny. Trabt dann aber doch die Treppe hoch. In Jakobs Zimmer sind die Vorhänge noch zugezogen. Vorsichtig tapst Conny durchs Halbdunkle. Bloß nicht auf diesen blöden Spielzeugautos ausrutschen. Wumms! Conny hat doch eins übersehen. Sie reibt sich den Po. Autsch! Sie sitzt mitten auf Jakobs Lego-Rakete oder zumindest auf dem, was davon übrig ist. Das gibt blaue Flecken. Und Jakob wird toben. Schnell versucht Conny, die Rakete irgendwie wieder zusammenzubauen. Möglichst genauso bunt und schief, wie sie war. Doch sie hat kaum angefangen, als Jakob ins Zimmer platzt. Meine Rakete! Jakob bricht in Tränen aus. Das kann er auf Knopfdruck. »Ich bin über eins deiner Autos gestolpert!« erklärt Conny grimmig. »Da könnte ich eh heulen als du, denn das tut verflixt weh!« Sie gibt sich einen Ruck. »Komm, ich helfe dir schnell!« »Nein!« Jakob schlägt ihr die Ligosteine aus der Hand. »Dann eben nicht!« Conny schnappt sich den Honig aus dem Kaufmannsladen und lässt den schluchzenden Jakob einfach auf dem Boden sitzen. »Was ist denn los?« fragt Papa. Jakob heult noch lauter und Mama läuft die Treppe hoch. Da hätte sie sich ja auch gleich selbst den Honig holen können. Papa stellt seine Kaffeetasse ab. »Müsst ihr euch immer streiten?« »Streiten? Ich bin auf Jakobs Auto ausgerutscht!« meint Conny empört. »Und dabei ist seine Rakete kaputt gegangen!« Papa seufzt. Conny auch. »Wenn Mama mich nicht gebeten hätte, wäre ich gar nicht erst in sein Zimmer gegangen!« »Hm«, brummt Papa. Conny nagt lustlos an ihrem Croissant. Der Tag fängt ja toll an. Plötzlich verschluckt sich Conny vor Schreck. »Wenn Anna doch recht hat!« »Und wenn das jetzt immer so weitergeht!« »Sieben Jahre lang!« Conny schüttelt sich. Sieben Jahre lang blaue Flecken. Grässlich! Fünftes Kapitel »Vom Pech verfolgt« Bald gibt es keinen Zweifel mehr. Conny wird vom Pech verfolgt. Alles geht schief. Morgens wagt Conny kaum mehr aufzustehen. »Das bilde ich mir doch nicht alles ein!« Murmelt sie. Und um ganz sicher zu gehen, macht Conny sogar eine Liste. Täglich. Tag für Tag. Eine neue Katastrophe. Montag. Mein nagelneuer Füller ist kaputt. Dienstag. Habe auf dem Nachhauseweg meinen Schlüssel verloren und musste noch einmal den ganzen Weg zurück. Der Schlüssel lag dann kurz vor dem Schultor. Mittwoch. Meine Kakaotüte ist geplatzt und alle Schulsachen standen unter Kakao. Bäh! So eine Riesensauerei! Und alle Hefte und alle Bücher haben jetzt braune Ränder. Donnerstag. Ich habe eine Fünf im Diktat. Eine Fünf! Weil ich angeblich abgeguckt habe. Dabei wollte ich nur schauen, ob Billy Dampfschifffahrt und Container genauso geschrieben hat wie ich. Rein Interesse halber. Und Freitag? Die Theater-AG fängt ganz harmlos an. Wieder und wieder wiegten wogende Wellen wagemutige Wahlrosse. Herr Berthold lässt jeden Buchstaben auf der Zunge zergehen. Jetzt er! Conny steht nach ein paar Aufwärmübungen mit dem ganzen Trupp auf der Bühne und spricht Herrn Bertholds ulkige Zungenbrecher nach. Sehr gut! Herr Berthold ist zufrieden. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wichtig unsere Sprechübungen sind. Es wäre ja auch eine Katastrophe, wenn das Publikum uns nicht versteht. Er holt Tiefluft. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Sieben Schwalben aus Schwaben schwebten im Schwummer. Ha! Ha! Herr Berthold wirkt rot und die ganze AG grenzt, als er erneut ansetzt. Sieben Schwalben aus Schwaben schwebten im Sommer. Herr Berthold strahlt siegesbewusst. Ins Schwiebengebir- Ah! Jetzt prusten alle los. Herr Berthold lacht mit. Für einen Moment hat Conny ihr ganzes Pech vergessen. Doch der Moment wehrt nicht lange. Und jetzt proben wir einmal eine kleine Szene aus unserem Stück. Beendet Herr Berthold die Übung. Er blättert in seinem Skript. Und zwar Aschenputtel besucht Frau Mira. Conny schnappt nach Luft. Dann ist sie ja dran. Oh nein! Damit hat sie gar nicht gerechnet. Sonst hätte sie doch ihren Text schon auswendig gelernt. Warum fängt Herr Berthold ausgerechnet mitten im Stück an und nicht vorne, wo es sich gehört? Conny beißt sich auf die Lippen. Sie muß es Herrn Berthold beichten. Du kannst deinen Text noch nicht? Herr Berthold ist fassungslos. Also wisst ihr, ich mache die AG hier in meiner Freizeit. Wenn ihr keine Lust habt, dann lassen wir es eben. Klar haben wir Lust. Wir wollen das unbedingt. Wir anderen können doch unseren Text, rufen alle durcheinander und werfen Conny böse Blicke zu. Die würde am liebsten im Erdboden versinken und nie, nie wieder auftauchen. Nächstes Mal kann ich's, haucht sie. Herr Berthold seufzt. Wir proben die Szene trotzdem, meint er dann. Die paar Sätze wirst du dir ja wohl aus dem Stegreif merken können. Conny möchte lieber sterben, aber was hilft's? Tapfer klettert sie auf die Bühne. Ihre Beine sind weich wie Wackelpudding und ihre Stimme. Was ist bloß mit ihrer Stimme los? Sie bekommt kaum einen Ton heraus. Noch einmal etwas lauter. Denk an die Sprechübungen, bittet Herr Berthold. Deine Stimme muss bis in die letzte Reihe zu hören sein. Du kriegst ja nicht mal diese mickrige Minirolle hin, zischt ihr Stella leise zu. Connys Gesicht glüht vor Zorren. Halt doch die Klappe, du blöde Kuh, würde sie am liebsten schreien. Wohl artikuliert, damit es auch wirklich jeder versteht. Stattdessen ringt sie sich den richtigen Text ab. Was für eine nette Überraschung! Das ist mir zu hölzern, Conny. Probier's doch einmal, ruft Herr Berthold dazwischen. Was für eine nette Überraschung, flötet Conny. Nicht gleich übertreiben, Herr Berthold lacht. Tja, ja nicht so einfach, Theater zu spielen, er klatscht in die Hände. Also noch einmal, alles von vorne. Stella klingelt bei Frau Mira an der Tür. Ein Stöhnen geht durch die Zuschauer rein. Nicht schon wieder. Auch Conny will nicht mehr. Es ist ein Albtraum, aber einer, aus dem man nicht erwacht. Conny verhaspelt sich und bringt ihre Sätze durcheinander. Was bei dem bisschen Text beinahe schon ein Kunststück ist. Aber sie reißt sich zusammen. Was ist denn los? Du siehst so traurig aus, fragt sie. Stella seufzt und fasst sich an die Stirn, wie eine Hoheit mit Kopfweh. Es ist wegen der Klassenfete, stöhnt sie. Die wird bestimmt schrecklich. Glaubst du wirklich? Ich kann dir sagen, wie es wird, antwortet Frau Mira. Mit Hilfe von Billy. Conny geht zum Tisch. Der Fußball darauf soll ihre Kristallkugel sein. In dem Moment, in dem sie sich setzt, kullert der Ball vom Tisch, rollt quer über die Bühne und springt in den Zuschauerraum. Alles bricht in Lachen aus. Nur Conny könnte heulen. Als Herr Berthold endlich eine Pause macht, ist sie mehr tot als lebendig. Fünf Minuten, ruft er. Und dann kommt die Szene beim Schulball dran. Conny steht immer noch wie benommen auf der Bühne. Vielleicht sollte sie sich für die nächsten sieben Jahre einfrieren lassen. Plötzlich steht Stella vor ihr. Ich frage mich echt, was du in der AG zu suchen hast. Conny schluckt. Jede Kellerassel spielt besser als du. Und du wolltest Aschenputtel spielen? Ausgerechnet du in der Hauptrolle? Stella grinst sie hämisch an. Eigentlich schade, dass du nicht mehr vorsprechen dürftest. Es gibt ja sonst so wenig zu lachen. Bevor Conny etwas sagen konnte, schubst Stella sie zur Seite. Mach mal Platz und lern gefälligst deinen Text. Nicht, dass du mich bei der Aufführung noch rausbringst mit deinem Gestotter. Aber Conny fehlen die Worte. Plötzlich saust Billy auf die Bühne und hält Stella auf. Nur weil du zufällig die Hauptrolle erkattert hast, musst du dich noch lange nicht so aufspielen. Komisch. Das ist gar nicht Billys Art. Conny stacht sie verwundert an. Dabei fällt ihr auf, dass Billys Tigerhose ziemlich kurz geworden ist. Sie muss gewachsen sein, obwohl sie natürlich immer noch die Kleinste in der Klasse ist. Stella guckt Billy kaum an. Wer spricht denn mit mir? meinte sie von oben herab. Wäre Conny nicht zu spät gekommen, hättest du die Rolle gar nicht erst gekriegt, faucht Billy. Ist sie nicht süß, wie sie sich so aufregt? Stella grinst Conny breit an und schreitet hoheitsvoll von der Bühne. Warum hast du denn nichts gesagt? fragt Billy atemlos. Conny zuckt mit den Schultern. Du lässt dir doch sonst nichts bieten. Schon, murmelt Conny. Aber Was denn? Ob ich mich jetzt aufrege oder nicht? Es hat eh keinen Zweck. Conny seufzt. Ich weiß, es klingt doof, aber seit dieser blöde Spiegel kaputt ist, läuft wirklich alles schief. Alles. Auch die Probe eben. Ach was. Billy legt den Arm um Conny. Das kann doch allen mal passieren. Nein. Conny schüttelt energisch den Kopf. So etwas nicht. Sechstes Kapitel Die geheimnisvolle Prophezeiung Am Sonntagnachmittag treffen sich Anna und Billy bei Conny, um für das Stück zu üben. Mit unserer Hilfe kriegst du das schon hin, meint Anna. Das Theaterfieber hat sie gepackt, und sie kann es kaum erwarten, selbst auf der Bühne zu stehen. Was hat der Berthold gesagt? fragt Conny. Wir sollen nicht nur den Text lernen, sondern uns Gedanken über unsere Rolle machen, was für eine Person wir darstellen wollen. Was meinen wir denn damit? Das ist doch ganz einfach, erklärt Anna. Also, ich spiele eine Lehrerin. Ich bin also erwachsen. Die Lehrerin ist freundlich, aber auch streng, und ich weiß auch schon genau, wie ich als Lehrerin aussehen will, erklärt sie. Wie eine von früher. Ich stecke mir die Haare hinten hoch und ziehe Schuhe mit Absatz an. Dann trage ich einen grauen Rock mit weißer Bluse. Und natürlich bin ich geschminkt mit Lippenstift und Lidschatten und so. Sie strahlt. Sie wird einfach toll aussehen. Hm, überlegt Conny. Und was mache ich? Wie sieht so eine olle Nachbarin überhaupt aus? Anna mustert Conny nachdenklich. Du musst irgendwie geheimnisvoll aussehen. Ich meine, du kannst doch wahr sagen. Da brauchen wir irgendwas Wallendes. Conny schnacht sie an. Wo soll ich denn sowas herbekommen? Frag doch mal deine Mutter oder deine Oma. Die haben bestimmt irgendwas. Tücher. Haltes Bettzeug. Tolle Idee. Ich werfe mir ein Laken über und bin gar nicht mehr zu sehen. Billy lacht. Ja, dann spukst du über die Bühne. Wenn ihr unsere Theateraufführung nicht ernst nehmt, wird das nie was, mohnt Anna. Erstmal reicht vielleicht ein buntes Kopftuch und vielleicht eine Schürze. Und du brauchst eine Kristallkugel? Hilft Billy. Zum Wahrsagen. Wo soll ich die denn herbekommen? Conny ist ratlos. Habt ihr nicht irgendetwas Rundes aus Glas? fragt Billy. Eine Vase vielleicht. Ja, wir haben eine, ruft Conny. Sie sieht aus wie ein Goldfischglas. Wenig später hat Conny sich ein Tuch um den Kopf geschlungen und Mama hat aus den Tiefen des Küchenschranks eine uralte grün-violette Kittelschürze gezaubert. Damit sieht Conny vielleicht nicht unbedingt geheimnisvoll aus, aber zu dieser alten, verschobenen Nachbarin passt es irgendwie. Gebannt starrt sie in die kugelrunde Vase, die verkehrt herum vor ihr auf einem Sofakissen liegt. Dann richtet sie sich langsam wieder auf und sagt fast wie im Traum, »Alles wirkt gut.« »Alles wird schlecht,« kräht Jakob durch den Türspalt. Dann rennt er kreischend davon, nur um im nächsten Moment wiederzukommen. »Mama und Papa gehen eben mal zum Briefkasten,« sagt er, und als ob das eine Eintrittskarte im Connys Zimmer wäre, setzt er sich mitten auf ihren Teppich und spielt mit seinem mitgebrachten Auto. »Mensch, Jakob, geh in dein Zimmer. Wir müssen uns konzentrieren. Aber Mama und Papa sind nicht da.« »Na und, warum bist du nicht mitgegangen? Wir proben hier, und du störst.« Trotzig bleibt Jakob auf dem Fußboden sitzen. »Soll ich mal die Kugel befragen? Was passiert, wenn du hier weiter nervst?« fragt Conny sauer. »Au ja!« Jakobs Augen leuchten gespannt. Conny liegt die Fingerspitzen auf die Vase und konzentriert sich. Plötzlich zuckt sie zusammen. »Ich sehe Schreckliches,« ruft sie heiser, »Furchtbares!« Sie fielt zu Jakob. Doch der grinst nur. Conny starrt weiter in die Kugel. »Ich sehe Blut!« raunt sie gefährlich. »Ganz viel Blut!« Conny schüttelt sich. »Hast du's gehört?« fragt sie. »Ich an deiner Stelle würde lieber mal in dein Zimmer gehen, bevor hier noch ein Unglück passiert.« Doch Jakob bleibt sitzen, schiebt mit der einen Hand sein Auto und bohrt mit dem Zeigefinger der anderen Hand in der Nase. »Sowas kann auch nur er.« »Oh, Mann, oh!« Ärgerlich springt Conny auf. Im selben Moment fängt Jakob an zu schreien. Aus seiner Nase läuft Blut, rinnt über den Mund und tropft vom Kinn. Billy kramt sofort ein Taschentuch aus ihrer Hosentasche und versucht, das Nasenbluten zu stoppen. Im Nu ist das Taschentuch rot. Conny wirft ihr ein frisches Päckchen Taschentücher zu und springt in die Küche, um aus dem Eisschrank einen Kühlpack zu holen. »Conny!« jammert Jakob. »Bin schon wieder da!« Conny legt ihm den Kühlpack in den Nacken. »Pass auf! Gleich ist es besser!« Und tatsächlich, das Nasenbluten hört langsam auf. »Alles wieder okay?« fragt Conny. Jakob nickt. »Hast du das gezaubert?« fragt er. »Was denn?« »Lass Nasenbluten!« Jakob klingt schwer beeindruckt. »Nein!« »Das habe ich nicht gezaubert!« ruf Conny. »Ehrlich nicht!« »Aber du hast es vorher gesehen!« sagt Anna langsam. »Du hast gesagt, ich sehe Blut!« »Viel Blut!« »Das habe ich mir doch nur so ausgedacht!« verteidigt sich Conny. »Das denkst du nur!« Anna schaut sie bewundernd an. »Du sprichst vom Blut und...« »Schwupps!« »Hat der Nasenbluten!« »Das kann kein Zufall sein!« »Merkwürdig ist es schon!« murmelt Billy. »Jetzt hört mal auf zu spinnen!« ruft Conny ärgerlich. Was Anna sagt, macht ihr Angst. Wäre sie dann nicht schuld an Jakobs Nasenbluten? Das wollte sie doch wirklich nicht. »Sag einfach noch etwas voraus!« schlägt Anna vor. »Dann werden wir ja sehen!« Conny starrt Anna an. Sie meint es wirklich ernst. »Erst einmal wasche ich Jakob das Gesicht,« meint sie und schleppt ihren Bruder ins Badezimmer. »Kannst du auch andere Sachen zaubern?« fragt Jakob interessiert. »Autos?« »Nein, kann ich nicht!« sagt Conny. »Und jetzt spielst du in deinem Zimmer?« Jakob nickt und verschwindet ohne Widerworte in seinem Zimmer. Vielleicht sollte Conny ihn doch glauben lassen, sie könne zaubern. »Los, probier's noch mal!« ruft Anna, als Conny ins Zimmer zurückkommt. »Nein!« »Es kann doch nicht schaden!« Willi ist auf Annas Seite. Conny überlegt. »Na gut!« sagt sie schließlich. »Denn wenn sie ehrlich ist, ein bisschen neugierig ist sie schon.« Also schaut Conny noch einmal in die Kugel. Anna hält Verspannung die Luft an. »Und?« platzt sie heraus. »Psst!« zischt Conny. »Sowas dauert!« »Ich muss mich erst einmal konzentrieren!« Willi kichert leise. »Manno!« Conny rollt mit den Augen. »So wird das nie was!« »Mach noch mal!« bittet Anna. »Wir sind auch ganz still!« Conny schaut wieder in die Kugel und versucht nicht daran zu denken, dass ihre Kristallkugel nichts weiter als eine umgedrehte Vase ist. Anna und Billy sitzen Mucksmäuschen still da. Conny merkt, wie sie sie anstarren. Sie seufzt. »Ich sehe gar nichts!« gibt sie zu. »Vielleicht musst du die Augen zumachen!« schlägt Anna vor. »Aber dann sehe ich doch erst recht nichts!« »Eine echte Wahrsagerin?« Anna sucht nach den Worten. »Sieht mit ihrem inneren Auge!« Conny schaut hilfesuchend zu Billy. Die zuckt grinsend mit den Schultern. Conny atmet tief ein, legt die Fingerspitzen sacht auf die Glaskugel und schließt die Augen. Es fühlt sich gut an. Genauso wird sie es in ihrer Rolle als Frau Mira machen. Und auf einmal spürt sie, dass sie bei der Aufführung mit ihrer kleinen Rolle viel Erfolg haben wird. Ob das auch eine Prophezeiung ist? Aber Conny scheut sich, Anna und Billy davon zu erzählen. Es klingt ein bisschen angeberisch. Und außerdem dauert es bis zur Aufführung noch so lange. Sie braucht also noch eine andere Eingebung. Conny kneift die Augen noch ein wenig fester zusammen und wartet. Doch da kommt nichts mehr. Sie schlägt die Augen auf und schüttelt den Kopf. »Ich kann das nicht!« »Och, Conny! Streng dich an!« »Nur noch einmal!« bettet Anna. Seufzend schließt Conny die Augen. Diese Anna gibt auch nie Ruhe. Plötzlich durchzuckt es Conny. Sie schlägt die Augen auf und schaut Anna eindringlich an. »Morgen wirst du eine Überraschung erleben?« sagt sie. »Ehrlich?« Anna wird blass. Eine gute oder eine schlechte?« Conny zuckt mit den Schultern. »Keine Ahnung!« Eine echte Überraschung eben. Aufgeregt und voller Erwartung geht Anna nach Hause. »Tolle Idee von dir!« rauht Billy Conny beim Abschied zu. »Anna hat's echt nicht anders verdient!« Billy grinst Conny verschwörerisch an. Doch Conny verzieht keine Miene. Siebtes Kapitel »Überraschung« Der Montag in der Schule beginnt nicht gerade rosig. Aber Conny hat auch nichts anderes erwartet. Frau Reisig gibt die Diktate von letzter Woche zurück. Conny kennt ihre Note ja schon. Eine glatte Fünf. Sie schluckt. »Was Mama und Papa wohl dazu sagen?« »Du hättest eine Eins-Minus geschafft, wenn du nicht abgeguckt hättest«, hat Frau Reisig darüber geschrieben. Kein großer Trost. Neben ihr schreit Anna auf. »Eine Zwei!« Aufgeregt rammt sie Conny ihren Ellenbogen in die Seite. »Das ist ja wie ein Wunder! Ich eine Zwei! Im Diktat!« Plötzlich hält Anna inne und starrt Conny an. »Wahnsinn!« »Weißt du, was das bedeutet?« »Nein, was denn?« Conny zuckt mit den Schultern. »Deine Prophezeiung ist eingetroffen.« »Die Überraschung!« Anna kann es selbst kaum glauben. »Ist das nicht irre?« Bevor Conny etwas sagen kann, unterbricht sie Frau Reisig. »Das ist ja schön, Anna, dass du dich so über deine Note freust. Aber eigentlich wollten wir jetzt mit dem Unterricht weitermachen.« Die Klasse kichert. Anna meist sich auf die Lippen, wirft Conny aber die ganze Stunde über bedeutungsschwere Blicke zu. Kaum gongt es, ist sie nicht mehr zu halten. »Conny, du kannst es! Du kannst hell sehen!« »Ach was!« prumpt Conny. »Klar! Du hast es doch vorausgesagt!« widerspricht Anna. »Du hast eine echte Gabe!« »Pass mal auf, Anna!« Conny holt Luft. »Um die Wahrheit zu sagen, ich hab's mir nur so ausgedacht!« »Echt?« Die Enttäuschung steht Anna ins Gesicht geschrieben. Sie mustert Conny eindringlich. Man hört förmlich, wie es in ihrem Kopf rattert. Dann lächelt Anna triumphierend. »Ich glaube, du denkst bloß, du denkst es dir aus. In Wirklichkeit ist es eine Eingebung.« Conny und Billy blicken sich an und prusten im selben Moment los. Doch Anna lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Da braucht er gar nicht so zu lachen. Schließlich ist genau das, was Conny sich ausgedacht hat, auch eingetroffen.« Billy grinst immer noch. »Mit viel gutem Willen vielleicht.« Auch noch am Nachmittag ist Anna von ihrer Theorie felsenfest überzeugt. Billy und Conny sind bei ihr zu Besuch. Und Conny beteuert schon zum x-ten Mal, dass das mit der Überraschung reiner Zufall war. »Weißt du was?« fragt Anna unbeirrt. »Wir kriegen raus, ob es ein Zufall war oder nicht. Du sagst einfach wieder etwas voraus.« »Nicht schon wieder?« stöhnt Conny. »Außerdem hast du hier gar keine Kristallkugel.« »Na und?« »Es gibt noch andere Methoden, die Zukunft vorauszusagen.« »Zum Beispiel...« Anna überlegt kurz. »Aus dem Kaffeesatz zu lesen?« kichert Billy. »Ja, richtig.« »Kommt mit.« Anna läuft in die Küche, zieht einen alten Kaffeefilter aus dem Müll und schüttet den Kaffeesatz auf einen flachen Teller aus. »Hier, guck doch mal.« Sie hält Conny den Teller unter die Nase. »Was siehst du?« »Kaffeesatz!« Conny grinst. »Ach, Menon!« faucht Anna ärgerlich. »Streng dich doch ein bisschen an.« »Was könnte es noch sein?« Conny schlachte auf die karnige, braune Masse. »Blumenerde!« sagt sie achselzuckend. »Blumenerde?« Anna ist enttäuscht. »Du könntest dir echt ein bisschen mehr Mühe geben. Ich glaube nämlich, du kannst das, wenn du nur willst.« Anna zuliebe konzentriert sich Conny noch einmal, schließt die Augen, schlägt sie wieder auf. »Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist...« Anna starrt sie, gebannt an. »Blumenerde!« »Dann probieren wir es eben mit etwas anderem.« Anna muss gar nicht lange nachdenken. »Ich habe neulich im Fernsehen was über Orakel gesehen. Da haben die Leute so kleine Stöckchen geworfen und daraus die Zukunft gelesen.« »Anna!« »Das könnten wir doch wenigstens noch versuchen.« Schon schnappt sie sich ihre Jacke und läuft raus in den Garten. Niki springt schwanzwedelnd um sie herum, als sie eifrig Stöckchen zusammenklaubt. Aber Anna hat gar nicht vor, mit ihm zu spielen. Stattdessen drückt sie Conny alle Hölzchen in die Hand. »Wirf sie auf den Boden!« »Schau, wie sie liegen!« »Und sag uns dann, was dir dazu einfällt!« Conny stöhnt. »Lässt Anna denn nie locker?« »Also gut, einmal noch.« Conny lässt die Stöckchen einfach auf den Boden fallen. Sofort schnappt sich Niki eins davon und rennt weg. »Niki! Was hält dir ein?« »Gib es sofort wieder!« Aber Niki denkt gar nicht daran. Anna seufzt. »Es geht bestimmt auch so.« »Also, an was denkst du, wenn du dir die Stöcke so ansiehst?« »An Mikado!« sagt Conny. »Mikado?« Anna strahlt. »Au ja! Lasst uns Mikado spielen! Das habe ich lange nicht mehr gemacht und ich habe richtig Lust dazu.« »Du willst doch jetzt nicht Mikado spielen, um dann zu behaupten, Conny hätte es vorher ausgesehen, dass wir heute Mikado spielen?« fragt Billy fassungslos. »Wieso denn nicht?« murmelt Anna. »Na gut, schläng dich noch einmal an. An was denkst du noch?« Conny starrt auf die Zweige, die kreuz und quer am Boden liegen. »An eine kaputte Brücke«, versucht es Conny. »Mhm, nicht schlecht«, meint Anna. »Und jetzt liest du die nächsten Tage die Zeitung, ob irgendwo eine Brücke eingestürzt ist. Stimmt's?« fragt Billy. »Gute Idee«, Anna strahlt. Conny und Billy schauen sich an. Anna ist echt nicht zu helfen. Nicky kommt mit seinem Stöckchen angelaufen. »Wer spielt denn nun mit ihm?« Er muss nicht lange warten. Schon schleudern Conny, Billy und Anna das Brückenorakel Ast für Ast über die Wiese. Es ist fast Abendbrotzeit, als Conny nach Hause geht. Auf halbem Weg saust plötzlich etwas haarscharf an ihrer Schulter vorbei und kracht auf dem Boden. »Ach, du liebe Güte! Ist wer verletzt?« kreischt jemand. Conny schaut nach oben. Eine Frau beugt sich aus dem Fenster. »Alles in Ordnung?« fragt sie besorgt. »Warte, ich komme runter!« Conny stacht auf den Fußboden. Neben ihr auf dem Boden liegt ein zerschmetterter Blumentopf. Um ein Haar wäre er ihr auf den Kopf gefallen. Conny wird auf einmal ganz flau. Der ganze Fußweg liegt voller Erde. »Blumenerde?« murmelt sie und wirkt noch etwas blasser. »O je, Mini!« Die Frau von oben stürmt auf Conny zu. »Ist dir auch wirklich nichts passiert?« »Nein, nein, alles in Ordnung!« stammelt Conny. »Er ist mir von der Fensterbank gefallen!« Die Frau schlägt die Hände vors Gesicht. »Du lieber Himmel! Beinahe hätte ich einen Menschen umgebracht. Ich stelle da oben keinen einzigen Blumentopf mehr hin. Das kannst du mir glauben!« Conny nickt. Ganz benommen trottet sie nach Hause. Ob Anna doch recht hat? Irgendwie ist ihr die Sache allmählich unheimlich. »Ich habe ein neues Projekt«, erzählt Papa beim Abendbrot. »Eine Brücke!« »Eine Brücke?« Conny verschluckt sich an ihrem Käsebrot. »Ja, die alte Holzbrücke über den Kanal ist völlig marode und soll ersetzt werden. Jetzt bauen wir eine wunderschöne neue Fußgängerbrücke!« erklärt Papa stolz. Conny hustet und hustet und kann gar nicht mehr aufhören. »Conny, was ist denn?« ruft Mama besorgt. »Schnell trink einen Schluck!« Conny drängt den großen Zügen und schnappt nach Luft. »Alles wieder in Ordnung?« fragt Mama. Conny nickt, »obwohl eigentlich gar nichts in Ordnung ist.« »Ihre Beine sind weich wie Wackelpudding.« »Schließlich entdeckt man nicht alle Tage, dass man hell sehen kann.« Im Bett liegt Conny noch lange wach. Sie hatte immer gedacht, sie ist wie jedes andere Mädchen auch. Und plötzlich soll sie so anders sein? Magisch? Und diese Pechsträhne? Ist das der Preis für ihre neuen und ungewöhnlichen Fähigkeiten? Einerseits kommt sich Conny auf einmal ganz bedeutend und wichtig vor. Andererseits möchte sie aber am allerliebsten nur eins. Wieder ganz normal sein. Achtes Kapitel »Conny sieht schwarz« Conny hätte Mama gar nicht überreden müssen, ihr für die Theaterprobe die kugelige Vase zu leihen. Denn Herr Berthold hat etwas viel Besseres mit. Eine kugelrunde Lampe aus milchigem Glas. Einfach genial als magische Kristallkugel. »Was meinst du, wie das wirkt, wenn du in die Kugel schaust und plötzlich beginnt sie zu leuchten?« schwärmt er. Sie probieren es gleich aus. Conny setzt sich an den kleinen, runden Tisch und stark gebannt in die weiße Glaskugel. Sie merkt, wie im Zuschauerraum die Spannung wächst. Heimlich schaltet sie mit den Füßen unter dem Tisch die Lampe ein. »Wow! Wahnsinn!« Alle klatschen begeistert Beifall. »Das sieht richtig unheimlich aus«, meint Anna. »Einfach magisch«, lacht Billy. Nur Stella muss mal wieder sticheln. »Wie nett, daß dir auch einmal ein Licht aufgeht, Conny!« Heute ist ausgerechnet ihr Geburtstag und Stella hat für alle Schokoküsse mitgebracht. Für fast alle. Einer fehlt nämlich. Und Stella sorgt beim Verteilen dafür, daß es Conny ist, die leer ausgeht. »Ach, wie schade«, meint sie hämisch und beißt genüsslich in ihren Schokokuss. »Da muß ich mich wohl verzählt haben.« Conny verzieht keine Miene. Stellas Schokoküsse können ihr gestohlen bleiben. Als ob das nicht genug wäre, hackt Stella die ganze Probe weiter auf ihr herum. »Diese dumme Zicke«, faucht Billy in der Pause. »Hoffentlich fällt die mal so richtig auf die Nase.« »Schau doch mal in die Kristallkugel und konzentrier dich ganz doll auf Stella. Mal sehen, was du siehst«, meint Anna. Conny schaut sich um. Sie sind allein in der Aula. Alle anderen sind mit Stella in die Pausenhalle gezogen und Herr Berthold wollte sich schnell einen Kaffee holen. »Los, versuch's wenigstens«, ermutigt Anna sie. »Na gut«, gibt Conny nach. »Wieso auch nicht?« Sie starrt in die Kugel. »Stella, Stella«, schwirrt es ihr durch den Kopf. Conny versucht sich ganz auf sie zu konzentrieren. Anna und Billy stehen gebannt daneben, während sich Conny tiefer und tiefer über die Kugel beugt, so daß sie sie schon fast mit der Nasenspitze berührt. Jetzt schließt Conny die Augen. Es ist gespenstisch still auf der Bühne. »Ich sehe«, murmelt Conny. »Ja, was denn?«, platzt Anna raus. Doch Conny antwortet nicht. Stattdessen presst sie die Augenlider nur noch fester aufeinander. Anna und Billy wagen kaum zu atmen. Endlich setzt sich Conny mit einem Ruck auf. »Und?«, platzt Anna heraus. »Nichts«, murmelt Conny. »Ich sehe rein gar nichts.« Selbst Billy ist ein bisschen enttäuscht. Doch Anna läßt nicht locker. »Wie sah das Nichts denn aus?«, fragt sie, nachdem sie eine Weile scharf nachgedacht hat. Conny schaut sie verständnislos an. »War es ein helles, durchsichtiges Nichts oder eher dunkel?« »Schwarz«, sagt Conny. »Ich habe nur schwarz gesehen.« Anna lächelt triumphierend. »Das ist gut.« »Das ist gut.« »Sogar sehr gut.« Conny und Billy schauen sich an. »Ist Anna jetzt völlig übergeschnappt?« »Warum soll denn das gut sein?«, fragt Conny. »Das ist doch klar,«, ruft Anna. »Das heißt, dass du für Stella schwarz siehst.« Anna reibt sich zufrieden die Hände. »Und das ist doch toll.« Neuntes Kapitel »Es kommt noch schlimmer.« Conny hat es natürlich gleich gewußt. »Für Stella schwarz sehen.« »Von wegen.« »Für Stella ist und bleibt das ganze Leben rosarot.« »Genau wie ihre Rüschensocken.« Conny seufzt. »Wenn jemand das schwarze Schaf ist, dann sie.« »Kein Wunder bei dem Pech.« »Montag?« »In der ersten Pause ist mir hinten die Hose geplatzt.« Anna mußte ganz dicht hinter mir herlaufen, damit es keiner sieht. »Bin trotzdem fast gestorben vor Peinlichkeit.« »Und dann hatte ich noch drei Stunden Schule.« »Dienstag.« »An der Tafel ist mir heute sechsmal die Kreide abgebrochen.« »Das ist doch verhext.« »Mittwoch.« »Ausgerechnet, wo ich einmal die Hausaufgaben vergesse, ruft mich Frau Reisig auf.« »Voll erwischt.« »Donnerstag.« »Beppo wollte heute nicht mal die Treppe runter.« »Nicht mal der Hundekekstrick hat geholfen.« »Und Anna und Billy haben über eine halbe Stunde am Treffpunkt gewartet.« »Bei der Kälte.« »Mann waren die sauer.« »Und dann der Freitag.« »Wo ist denn bloß meine Schürze?« Conny durchwühlt den Metallschrank hinter der Bühne, in dem die Theater-AG alles für ihr Stück aufbewahrt. Requisiten und Kostüme, Schwinkel, Perücken sowie Farben und Pinsel fürs Bühnenbild. »Ich hab sie doch hier ins Fach gelegt!« murmelt Conny. Und plötzlich kommt ihr ein Verdacht. »Stella! Du hast nicht zufällig meine Schürze gesehen?« »Den ollen Fetzen?« Stella verzieht das Gesicht. »Nee! Was soll ich denn damit?« Ratlos schaut sich Conny um. Nichts. Sie schaut auf der Bühne nach. Und schließlich im Mahlzimmer, in dem die Bühnenbilder stehen. Lilly, Sarah und Finn sind der feste Kern der Bühnenbildner. Und jeder Spieler, der bei der Probe gerade nichts zu tun hat, unterstützt sie dabei. So auch Marco. »Du hast meine Schürze an!« kreischt Conny entsetzt. »Na und?« Marco streicht sich über die völlig verschmierte Kittelschürze. »Du kannst sie haben, wenn du mitmalen willst.« »Das ist keine Malerschürze!« japst Conny. »Das war mein Kostüm!« Marco wird rot. »Oh Mist! Das tut mir aber leid!« »Ich hoffe, die Farbe geht raus!« »Das hoffe ich auch!« zischt Conny. »Aber viel Hoffnung hat sie nicht.« Bevor die Schlieren rausgehen, fällt die fadenscheinige Schürze eher auseinander. Als ob das noch nicht schlimm genug wäre, trommelt Herr Berthold am Ende der Probe noch einmal alle zusammen. Ich muss wirklich sagen, ihr macht eure Sache ausgezeichnet. Ich hätte nie gedacht, dass wir so schnell vorankommen. Deshalb habe ich auch unseren Aufführungstermin etwas vorverlegt. Die Premiere ist jetzt schon am 13.« »Oh nein!« ruft Anna. »Alle schauen sie an.« »Hast du Einwände?« fragt Herr Berthold überrascht. »Das ist ein Freitag! Freitag der 13.« platzt Anna heraus. »Ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr abergläubisch seid!« meint Herr Berthold amüsiert. »Oder?« Er schaut Anna mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Nein!« murmelt sie. »Alle kichern, außer Conny. Am Freitag den 13.« »Das geht bestimmt schief.« »Sie will etwas sagen, aber sie hat solch einen Kloß im Hals, dass sie kein Wort herausbekommt. Was würde es auch nützen?« Die anderen würden sie eh nur auslachen. »Also, Freitag der 13. um 16 Uhr«, bestätigt Herr Berthold. »Sagt euren Eltern, Freunden und Verwandten Bescheid.« »Sie dürfen alle kommen.« »Das wird eine Katastrophe«, jammert Conny, als alle nach draußen strömen. Anna nickt stumm.« »Ach was«, sagt Billy, »Freitag der 13. ist nur ein Datum wie jedes andere auch, aber selbst sie klingt diesmal nicht richtig überzeugt.« Zehntes Kapitel »Die magische Nachbarin« Conny radelt wie eine Verrückte nach Hause. »Freitag der 13.« »Ausgerechnet!« »Herr Berthold hätte doch jeden anderen Tag nehmen können.« »Und dann das mit ihrem Kostüm.« Stella hat sich kaputt gelacht, als sie die vollgekleckste Schürze gesehen hat. »Diese blöde Kuh«, denkt Conny und tritt noch kräftiger in die Pedale. Jetzt ist sie fast zu Hause. Mit Schwung biegt sie auf den Fußweg ein. »Achtung«, schreit Frau Sandulescu. Conny hat sie gar nicht gesehen. Sie macht eine Vollbremsung und reißt den Lenker herum. Haarscharf schlittert sie an ihrer Nachbarin vorbei, erwischt allerdings deren Einkaufstasche, die im hohen Bogen durch die Luft fliegt. »Alles in Ordnung?« fragt Frau Sandulescu erschrocken. Conny nickt. Doch im gleichen Moment kommen ihr die Tränen. Bei dem Manöver hat sie sich den Lenker so in den Bauch geräumt, dass ihr die Luft wegblieb. Doch das ist es nicht. »Alles läuft schief«, schnief sie. »Einfach alles.« »Es gibt solche Tage«, nickt Frau Sandulescu verständnisvoll. »Bei mir geht das aber schon seit Wochen so. Seit Freitag, dem 13.« »Ups, jetzt ist es heraus.« Wahrscheinlich hält Frau Sandulescu sie jetzt für eine Spinnerin. »Wirklich?« fragt Frau Sandulescu nur. »Das musst du mir genauer erzählen.« »Hast du nicht Lust, auf einen Sprung bei mir vorbeizuschauen?« Conny nickt. Während sie ihr Fahrrad abstellt, sammelt Frau Sandulescu die angematschten Tomaten auf und verzieht keine Miene, als ihre Einkaufstasche eine kleine Milchspur hinter sich hertröpfend. Als erstes ruft Conny zu Hause an, um zu sagen, dass sie später kommt. Mama hat nichts dagegen. Frau Sandulescu rührt bereits in der Küche eine heiße Schokolade an. Sie holt eine Dose mit Keksen aus dem Schrank und setzt sich zu Conny an den weißlackierten Küchentisch. Ohne auch nur ein einziges Mal zu unterbrechen, hört sie aufmerksam zu, als Conny von ihrem Pech erzählt. Und Conny lässt nichts aus, vom zerbrochenen Spiegel bis zur ruinierten Schürze. »Mama und Papa sagen, ich soll nicht abergläubisch sein, aber seit mir am Freitag den 13. der Spiegel zerbrochen ist, geht wirklich auf einmal alles schief. Ich glaube, du hast echtes Schauspielerblut in den Adern.« Frau Sandulescu zwinkert ihr verschwörerisch zu. Sie selbst hat ihr Leben lang als Opernsängerin auf der Bühne gestanden. »Wir vom Theater sind schneller ein bisschen abergläubisch, das hat bei uns auf der Bühne Tradition. Aber sag selbst, ohne ein bisschen Spinnerei und Fantasie wäre das Leben nur halb so schön, oder? Und schon Goethe sagt, Aberglaube ist die Poesie des Lebens.« Conny schaut Frau Sandulescu nachdenklich an. »Aber heißt das nicht auch irgendwie, dass Aberglaube nur Einbildung ist?« »Natürlich ist das alles Einbildung. Aber die kann manchmal auch ganz nützlich sein. Zumindest, wenn man ans Glück glaubt. Wenn ich ein vierblättriges Kleeblatt finde, bin ich immer gleich ein wenig glücklicher. Du nicht?« Frau Sandulescu lacht. »An alles, was Pech bringt, glaube ich grundsätzlich nicht. Und vielleicht solltest du das auch nicht tun.« »Warum nicht?« »Wenn man nicht daran glaubt,« meint Frau Sandulescu, »hört das Pech irgendwann schon von selbst auf.« Conny stacht Frau Sandulescu an. »Sie weiß nicht ganz, ob sie ihr glauben soll. Es wäre wunderbar, wenn sie recht hätte.« »Ich bin so neugierig,« sagt Frau Sandulescu. »Magst du mir nicht eine kleine Szene aus eurem Stück vorspielen?« »Warum nicht?« Eine zusätzliche Probe schadet nichts. Längst kann Conny ihren Text in- und auswendig. »Meine Rolle ist aber nur ganz kurz,« gesteht sie. »Mach doch nichts,« sagt Frau Sandulescu. »Manchmal sind die kleinsten Rollen sogar die schönsten.« Conny holt Tiefluft, konzentriert sich und spielt ihre Szene. »Bravo!« Begeistert klatscht Frau Sandulescu in die Hände, als sich Conny schließlich verbeugt. »Und ich glaube, ich habe einen schönen Ersatz für deine Schürze.« Sie huscht aus der Küche und ist wenig später mit einem seidenen Morgenmantel zurück. »Ich denke, das kann Frau Mira gut tragen.« »Au ja, danke!« Conny ist begeistert. Der Mantel ist zwar etwas weit, aber tausendmal besser als die alte Schürze. Staunen streicht sie über den glänzenden Stoff. Die Seide ist so gewebt, dass die Farbe zwischen Grün und Silber changiert. Ein zauberhaftes Kostüm für die geheimnisvolle Frau Mira. »Vielleicht kann ich dir noch einen kleinen Tipp geben, von Schauspielerin zu Schauspielerin,« meint Frau Sandulescu beim Abschied. »Wenn du auf der Bühne stehst, darfst du nicht Frau Mira spielen, sondern du musst Frau Mira sein, mit Haut und Haar. Für zehn Minuten bist du 68 Jahre alt und hast eine magische Gabe.« Conny nickt. »Ich probier's,« meint sie, obwohl sie wirklich nicht weiß, wie sie es anstellen soll. Elftes Kapitel Schon wieder Freitag der 13. Conny ist ganz flau, als sie aufwacht. Es ist soweit. Es ist wieder Freitag der 13. Am liebsten würde Conny den ganzen Tag im Bett bleiben. Das wäre das Sicherste. Aber dann schaut Mama ins Zimmer. »Guten Morgen,« trellert sie gut gelaunt. »Aufstehen, Conny!« »Mit dem rechten Fuß zuerst,« ermahnt sich Conny. Ein guter Rat von Anna, ja nicht mit dem linken aufstehen. Conny geht auf Nummer sicher. Sie will den Tag schließlich nicht noch schlimmer machen. Doch dann versucht sie daran zu denken, was Frau Sandulescu gesagt hat. Nicht an das Pech glauben. Gar nicht so einfach. Aber es hilft ihr dabei, am Vormittag über die Runden zu kommen. Als Conny von der Schule nach Hause kommt, hängt in der Garderobe wieder Mamas heißgeliebter Spiegel. »Ich habe einen neuen Spiegel in den Rahmen setzen lassen,« erklärt Mama zufrieden. »Sieht aus wie vorher. Findest du nicht?« Conny nickt und überlegt, ob es nicht vielleicht ein gutes Zeichen ist, »dass ausgerechnet heute der Spiegel wieder ganz heil ist.« Aber sie hat kaum Zeit, darüber nachzudenken. Gleich nach dem Mittagessen muss sie zur Schule. Denn vor der Premiere gibt es noch jede Menge zu tun. Sie tragen zusätzliche Stühle in die Aula, bauen das Bühnenbild für die erste Szene auf, testen Beleuchtung und Musikanlage. Herr Berthold macht noch ein paar Lockerungsübungen und ein allerletztes Sprechtraining. »Siebzehn Schlangen schlängeln sich sacht, züngeln und zeigen zischend ihre Zähne.« Conny bekommt den Satz vor Aufregung »nicht ein einziges Mal ohne Fehler hin«, »na, das kann ja heiter werden.« Doch Herr Berthold lacht nur, »wird schon schief gehen. Also, toi, toi, toi!« Nun schlüpfen alle schnell in die Kostüme. »Halt doch mal still!« Nachdem Anna schon reichlich lila Lidschatten aufgetragen hat, versucht sie nun Connys Wimpern schwarz zu tuschen. »Man darf doch wohl noch zwinkern dürfen.« »Jetzt nicht!« meint Anna entschieden. »Oder willst du wie ein Panda-Bär aussehen?« »So, bin schon fertig.« Conny schaut in den Spiegel. Anna hat ihre Sache nicht schlecht gemacht. Ihre Augen sehen viel größer aus, dunkler. Und irgendwie geheimnisvoll. Langsam füllt sich der Zuschauerraum. Oma und Opa sind mit die Ersten und halten Stühle für Mama, Papa und Jakob frei. Als Conny um kurz vor vier noch einmal durch den Vorhang linzt, ist die ganze Aula bis auf den letzten Platz besetzt. Dann beginnt der erste Akt. Conny ist erst im Zweiten dran. Aufgeregt tegelt sie hinter der Bühne hin und her. Dabei muß sie die ganze Zeit über an das Krippenspiel vom letzten Weihnachtsfest denken. Conny schluckt. Das war vielleicht ein Albtraum. Sie mußte als Weihnachtsengel nur ein einziges Lied vorsingen und hat es total vermasselt. Sie stand da wie doof und wußte den Text nicht mehr. Conny wird ganz schlecht. Was, wenn sie gleich wieder ihren Text vergisst? Und zum ersten Mal ist sie froh, dass sie nun doch nicht die Hauptrolle spielt. Dann ist es soweit. Die Bühne wird mit wenigen Handgriffen in Frau Miras Zimmer umdekoriert. Der Vorhang geht auf. Conny sitzt auf ihrem Stuhl, in der Hand das Strickzeug von Frau Mira und versucht nicht, an all die vielen Leute im Zuschauerraum zu denken. Als es klingelt, steht sie auf, schlurft zur Tür und öffnet. Stella macht einen Knicks. Guten Tag, Frau Mira, sagt sie brav. Was für eine nette Überraschung, ruft Conny. Komm doch herein. Beide setzen sich. Eigentlich wäre jetzt noch einmal Conny dran, aber Stella kommt ihr zuvor. Ach, Frau Mira, hätten Sie wohl ein paar Kekse für mich? Was? Conny stacht Stella fassungslos an. Kekse? Das steht doch gar nicht im Text. Was soll denn das? Stella grinst schadenfroh. Das macht sie mit Absicht. Sie will Conny nur rausbringen. Hinter der Bühne wispert Billy Connys Text. Was ist denn los? Du siehst so traurig aus. Aber das passt doch jetzt gar nicht schnell. Conny muss sich selbst etwas ausdenken. Mit einem Mal fällt ihr Frau Sandulescu ein. Ab jetzt ist Conny nicht mehr Conny, sondern nur noch die alte Frau Mira. Sie beugt sich etwas vor. Meine Ohren sind so schlecht. Ich habe dich gar nicht so recht verstanden. Jetzt gerät Stella ins Schwimmen, denn sie hat ihren Satz fast schon vergessen. Die Kekse fällt ihr wieder ein. Ich habe gefragt, ob sie Kekse haben. Ach, das tut mir aber leid, sagt Frau Mira. Was sonst? Hätte ich gewußt, dass du kommst, hätte ich welche gebacken. Stella schaut sie an. Ratlos. Sie braucht ihr Stichwort, um weiterzumachen. Jetzt hat sie sich selbst hineingeritten. Conny lässt sie ein wenig zappeln. Soll sie doch auch mal etwas improvisieren? Doch Stella bleibt stumm. Conny gibt sich einen Ruck. Schließlich will sie das Stück nicht ruinieren. Was ist denn los? Du siehst so traurig aus, fragt sie, buchstabengetreu, wie es im Dialog steht. Ach, seufzt Aschenputtel. Ich, äh, ich, ich, jetzt hat sie selbst ihren Text vergessen. Stellas Wangen leuchten rosa rot. Billy wispert Stella ihren Text zu. Lauter, zischt Stella. Die Leute im Publikum schmunzeln. Es ist wegen der Klassenfete, die wird bestimmt schrecklich, tönt es hinter dem Vorhang. Stellas Wangen sind nun tomatenrot. Es ist wegen der Klassenfete, laiert sie ihren Text herunter. Die wird bestimmt schrecklich. Glaubst du wirklich? fragt Frau Mira. Ich kann dir sagen, wie es wird. Frau Mira schlurft über die Bühne. Die alte Frau setzt sich an den Tisch, hält die Fingerspitzen an die Glaskugel und schließt die Augen. Ein überraschtes Ohhhh geht durch den Zuschauerraum, als die Kugel geheimnisvoll zu leuchten beginnt. Erst als das Publikum wieder ganz leise ist, schlägt Frau Mira die Augen auf. Das Licht der Kugel erlischt. Frau Mira schaut sich um, als wäre sie aus einem Traum erwacht. Es wird gar nicht schrecklich, verspricht sie und lächelt Aschenputtel zu. Alles wird gut. Und damit rauscht der Vorhang zu. Der Akt ist zu Ende und Connys Auftritt auch. Entspannend schaut sie sich den letzten Akt an. Stella kommt zwar ohne größere Patzer durch, doch ihre Selbstsicherheit ist dahin. Frau Sandulescu würde sagen, sie ist nicht Aschenputtel, sondern nur Stella, die Aschenputtel spielt. Und das mehr schlecht als recht, findet Conny. Stella wirkt Kai ein bisschen überrascht, als sie das geheimnisvolle Paket bekommt, und daß sie sich am Schluss in den Prinzen verliebt, nimmt ihr bestimmt keiner ab, obwohl Conny kichert. Günther, mit seiner komischen Zahnspange, hätte sie auch nicht so gerne geküsst. Wie auch immer, das Publikum applaudiert großzügig. Zum Abschluss dürfen alle Mitspieler noch einmal nacheinander auf die Bühne, um sich zu verbeugen. Als Conny kommt, brandet der Applaus noch einmal auf. Die Zuschauer scheinen Frau Mira ins Herz geschlossen zu haben. Conny ist unendlich stolz. Es war zwar nur eine winzig kleine Rolle, doch sie hat ihre Sache gut gemacht. Am glücklichsten ist sie aber über das Kompliment von Frau Sandulescu, die Connys Vorstellung natürlich nicht verpassen wollte. »Hervorragend«, lobt sie Conny. »Das eben auf der Bühne war Frau Mira, wie sie leibt und lebt.« Während sich die Aula leert, räumen Anna, Billy und Conny hinter dem geschlossenen Vorhang die Bühne auf. »Es ist doch super gelaufen«, meint Anna zufrieden. »Willi nickt. Ihr beiden habt es echt toll hingekriegt.« »Und?« Anna strahlt Conny an. »Weißt du noch, was du prophezeit hast?« »Ich?« »Dass du für Stella schwarz siehst.« »Das hab nicht ich, das hast du gesagt«, meint Conny lachend. »Aber du hast es vorausgesehen.« »Und es ist eingetroffen.« »Für Stella sieht es so was von zappendüster aus. Ich hab gesehen, wie Herr Berthold sie von seinem Platz aus angeschaut hat. Die kriegt noch was zu hören.« »Und zwar jetzt«, Billy legt den Finger auf dem Mund. Hinter der Bühne hört man einen ziemlich aufgebrachten Herrn Berthold. »Was hast du dir nur dabei gedacht? Auf der Bühne muss man ein Team sein und zusammenhalten.« »Das war echt fällig«, »Billy zwinkert Conny zu.« »Und nächstes Mal spielst du die Hauptrolle.« »Meinst du?« Conny wird rot. »Also, ich weiß nicht.« »Dann schau doch in die Kristallkugel, dann wirst du es ja sehen«, lacht Billy. »Au ja«, ruft Anna begeistert. Doch Conny schüttelt den Kopf. »Lieber nicht«, lacht sie, »sonst sehe ich für mich auch noch schwarz.« »Sag uns wenigstens, ob es zur Premierenfeier Eis gibt«, bittet Anna. »Also gut.« Conny schnappt sich die Kugel und konzentriert sich. Diesmal klappt es so gut wie noch nie. Wie ein Film läuft es vor ihrem inneren Auge ab. Herr Berthold sitzt mit allen Mitspielern im Eiskaffee und gerade bringt die Bedienung lauter große Eisbecher. Conny schlägt die Augen auf. »Und ob wir Eis kriegen«, verspricht sie. Gerade in dem Moment kommt Herr Berthold von hinten auf die Bühne. »Conny, das hast du wirklich toll hinbekommen. Man hat gar nichts gemerkt, dass die Szene so eigentlich gar nicht geschrieben war.« »Jetzt feiern wir doch«, fragt Anna, die an nichts anderes als an Connys Vorhersage denkt. »Aber natürlich«, ruft Herr Berthold, »im Raum elf gibt's jetzt für alle Würstchen mit Kartoffelsalat.« »Und zum Nachtisch?«, fragt Anna neugierig. »Eigentlich ist es ja eine Überraschung«, meint Herr Berthold, »aber euch kann ich's ja schon mal verraten. Rote Grütze mit Vanillesauce.« »Kein Eis?«, fragt Conny verdutzt. »Eis? Nein, das schmilzt doch.« Herr Berthold zwinkert ihnen verschwörerisch zu, bevor er geht. »Die rote Grütze hat meine Frau selbst gemacht. Lecker, sage ich euch.« »Tja, mit dem Hellsehen ist es wohl vorbei«, lacht Conny. »Schade«, Anna seufzt, doch auf einmal fällt ihr etwas ein. »Weißt du, was noch vorbei ist?«, fragt sie. Conny zuckt mit den Schultern. »Nein, was denn?« »Deine Pechsträhne«, Conny stutzt. »Stimmt. Ich hatte irre Glück heute.« Anna kommt kaum darüber hinweg. »Vielleicht konntest du nur Hellsehen, als du diese Pechsträhne hattest.« Conny zuckt mit den Schultern. »Kann sein.« Billy grinst. »Ich glaube nach wie vor, dass alles Zufall war.« »Ich nicht«, stellt Anna klar. »Wie auch immer«, meint Conny strahlend. »Hauptsache, es ist vorbei.« »Ich finde es schade«, murmelt Anna. »Das mit den Prophezeiungen war einfach toll. Conny lacht.« »Dann zerbricht du noch einen Spiegel.« »Ja«, Billy grinst. »Vielleicht klappt es dann ja auch bei dir mit dem Hellsehen.« »Meint ihr?« Nachdenklich schiebt Anna ihre Brille hoch. »Vielleicht sollte sie das wirklich mal versuchen.« Es ist eine große Herausforderung. – Achtung! Untertitelung. BR 2018